Kapitel 6, der dritte Sonntag Oh, bin ich heute wieder nicht der Letzte? fragte Harry und nahm Platz. Wollen wir nicht auf Neville und Luna warten? erkundigte er sich mit einem Blick auf Ron, als diese sich einen Teller mit Rüeube lud. Erst jetzt fiel Harry auf, dass zwei Gedecke fehlten. Hast du's vergessen? Sie sind heute bei Lunas Vater eingeladen, darüber haben wir doch letzte Woche geredet, Harry, antwortete Hermine. Ohne Ron zu Wort kommen zu lassen. Stimmt ja, fiel Harrys Antwort etwas karg aus. Er hatte gestern mangels anderer Beschäftigung, mehr getrunken als sonst und war auch mit seinen Gedanken an der Nacht hängen geblieben. Du bist in letzter Zeit wirklich unkonzentriert, murmelte Hermine und seufzte laut. Also bleibe ich meiner persönlichen Tradition. Zu spät zu kommen, doch treu. Und letzten Sonntag war die berühmte Ausnahme. Versuchte er lächelnd, mal seinen Gemütszustand abzulenken. Ja, antwortete Hermine. Und das, obwohl du nicht mal einen Grund hast. Auf seinen etwas verständlosen Blick erklärte sie ihre Aussage. Wenn du etwas Festes hättest und dich verspäten würdest, weil du auf deinen Partner gewartet hättest, wäre dies was anderes. Du kommst lieber allein und immer zu spät. Da Harry darauf nicht antworten wollte, nahm er sich einen Toast, Speck und gegrillte Champignons. Dabei war er sich ihr berührenden Blicke durchaus bewusst und ihm war klar, dass seine Freundin nicht lockerlassen würde. Trotzdem versuchte er, sie abzulenken, indem er nach dem ersten Bissen das köstliche Essen lobte. Danke, lenkt nicht ab, meinte Hermine nur. Ein Versuch war es wert, rummelte Harry vor sich hin und aß ungerührt weiter. Also, gab Hermine keine Ruhe. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Nichts. Ich werde genauso weitermachen wie bisher, da ich nur den einen will, erklärte Harry und legte die Gabel neben seinen Teller ab. Genervt blickte er seine langjährige Freundin an. Wenn ich den richtigen nicht haben kann, vergnüge ich mich halt mit dem falschen. Ihr wäre in deinen Augen der Richtige, fragte Hermine weiter und konzentrierte sich ganz auf ihn. Harry hasste das an ihr. Wenn sie einmal an etwas dran war, konnte man sie nicht mehr davon abbringen. Und da brauchen wir nicht darüber reden, denn es wird eh nie etwas zwischen uns zwei passieren. Blockte Harry ab. Er hatte seine Freunde nicht eingeweiht und würde heute auch nicht damit anfangen. Um mit allerlei Deutlichkeit zu zeigen, dass das Thema für ihn beendet war, nahm Harry wieder das Besteck auf und aß weiter. Er wandte sich Ron zu und sie sprachen über die letzten Quidditch-Ergebnisse. Von Hermine kam einigen Minuten lang nichts, bevor sie fauchend fragte, ob sie sich wirklich über Quidditch unterhalten müssten. Mitleidig sah Harry Ron an. Wie sollte sein Kumpel diese Schwangerschaft überleben, wenn die Hormone bei Hermine jetzt schon verrückt spielten? Wo lieber sollen wir uns denn sonst unterhalten? Er kundigte sich Ron höflich. Keine Ahnung! Hermine warf ihre Hände in die Luft und machte ein etriatalisches Geräusch. Wie wär's denn mit den neuesten Nachrichten? Du weißt, dass ich keine magische Zeitung mehr lese, römte Harry. Über die Muggelnachrichten wirst du gewiss nicht reden wollen, oder? Die erfinden neue Tränke und entwickeln nützliche Zauber und du bekommst das nicht mal mit. Findest du das nicht traurig? Hermine beugte sich vor. Du würdest nicht einmal mitbekommen, wenn ein neuer Minister im Amt wäre. Fühlst du dich nur als Zauberer? Stöhnen legte Harry den Kopf in die Hand. Deswegen bin ich nicht in einer festen Beziehung mit einer schwangeren Frau. Genau deswegen. Ron nickte und Ron ließ es aber wissentlich, einen Kommentar zu seiner Aussage zu geben. Ansonsten würde Hermine toben, das wusste Harry. Aber wäre es nicht schön, wenn du sonntags jemanden mit ihr herbringen könntest? fing Hermine erneut an, als Ron sich kurz entschuldigte und den Tisch verließ. Klar wäre das schön. gab Harry genervt zu. Trotzdem werde ich von meinen One-Night-Stands keinen mitbringen, da das eh keinen Sinn hat. Außerdem sind sie morgens eh schon weg, wenn ich aufwache. Hm, wir sind in den letzten Monaten gar nicht mehr zusammen weg gewesen. Hättest du was dagegen, wenn Ron und ich nächste Woche mal in den Club mitkommen? Was? Kam es entsetzt von Ron, der gerade wieder zurückkam und wohl den letzten Satz von Hermine gehört hatte. Fassungslos schaut er zwischen Harry und Hermine hin und her. Ich würde mir das halt gern mal anschauen, gab Hermine zu. Und ich würde mir das auch noch mal anschauen,